Simpsons entscheidet heute, was ich auf ein Date anziehe. Oberteil 1, 2, 3. Oh, nicht schlecht. Unterteil 1, 2, 3. Sollte ich haben. Schuhe 1, 2, 3. Hab sowas in die Richtung. Haare 1, 2, 3. Zwei Zöpfe. Interessant. Ohrringe 1, 2, 3. Oh, ich dachte das sind nur Ohrringe. Okay. Kette 1, 2, 3. Das ist der fertige Look und den bewertet jetzt mein Freund. 3, 2, 1, go. 8, 14. Aber was ist das in deinem Gesicht? Haare.